Dazu gucken wir uns den Prozess als solches an. Grundsätzlich ist es uns erst mal vollkommen egal, wie jetzt Ihre Kundenbestellung das Haus erreichen. Ob die jetzt in Papierform reinkommen, müssen eingescannt werden oder ob die jetzt in digitaler Art und Weise reinkommen. Schlussendlich ist es so, dass wir das, was halt der Kunde uns hereingibt, einmal OCR auslesen, das Ganze mit einer KI klassifizieren und gegen Ihre vorhandenen SAP-Daten validieren. Die so eingegangenen Kundenbestellungen werden dann revisionssicher abgelegt im Kontext der jeweiligen Kundenakte. Wir können Bestellakten erzeugen und über Archive-Link wird das Ganze in den jeweiligen SAP-Vorgang hinein verknüpft. Flankiert wird das Ganze durch ein entsprechendes Monitoring, ein Dashboard, hier auf der rechten Seite kurz dargestellt. Das heißt, jeder Kundenauftrag, der reinkommt, kann sofort SAP-seitig getrackt werden. Man kann darüber genau sehen, welcher Vorgang liegt gerade in welchem Workflow-Schritt bei welchem Benutzer und kann die jeweiligen Fortschritte dort dann entsprechend nachvollziehen. Heißt also, wenn das Ganze reingekommen ist, das Ganze wurde validiert, wird das Ganze in den Workflow eingegeben. Das Ganze geschieht dann automatisch. Das heißt, der Vertrieb kann dann entsprechend die eingegangenen Werte prüfen, kann gegebenenfalls Klärungen vornehmen, wenn irgendwelche Abweichungen da sind, kann das Ganze entsprechend dann freigeben, sodass dann halt letztendlich automatisch dieser Bestellprozess im SAP hinterlegt wird. Demzufolge dann die eigentlichen Prozesse hinsichtlich, was das SAP Ihnen dann dort bereitstellt. Das heißt, zum Beispiel Auftragsbestätigungen werden generiert. Lieferscheine sind dann rein im SAP-Kontext zu betrachten. Wichtig jetzt aber, dass wir im Hintergrund sämtliche relevanten Dokumente miteinander verknüpfen. Das heißt, im Rahmen einer Bestellakte hätten wir dann die eingehende Kundenbestellung. Wir haben die Auftragsbestätigung, den Lieferschein und dann auch die Rechnung, die letzten Endes Ihr Haus verlässt. Auf der rechten Seite ist der Workflow dargestellt, das heißt flankiert von dem Cockpit. Die Bestellung kommt rein, sachlich geprüft, wird abgeglichen, Abweichungen werden geklärt, das Ganze wird optional dann freigegeben, alles ein- oder endstufig. Und ein ganz interessanter Punkt an der Stelle, vielleicht auch für Ihren Vertrieb, dieser Prozess, der kann auch abgewandelt werden. Abgewandelt werden dahingehend, das heißt, wenn Sie eine debitorische Rechnung generieren, dass diese debitorische Rechnung vor dem Versand an den Kunden einmal vom Vertrieb geprüft werden kann, um so gegebenenfalls falsche Rechnungslegungen im Vorfeld auch dort damit einfach zu unterbinden. Das ist die Reduzentation. Das ist die Reduzentation. Das ist die Biode. So wirst du in die Mitte. Vielen Dank.